äh hinter b ob sie sind ganz groß und da sitzen wenn du wartest kann ich nicht einsteigen und das ist ein argument ja hinter b ok nicht ballern nicht ballern wir fahren jetzt unter deren sichtlinie dann den berg hoch kommst du da hoch ja es ist ein hauerpanzer die sind cool kriege ich das haus Du bist schon ein Scherpel. Oh! Ah! Oh! 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 Wut denn nur? E-Sein! E-ey! 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 Ach, mit Smart-Munition schießen wir also, ha? Okay, so, wop, Abwart. Nee, mein Freund, so nicht. Oh, wala. What? Oh. Ha! K.I. Oh, holy shit, oh, ich bin katastrophen, oh, ich soll gar nicht ins Urland rennen. Ich hab Sichtkontakt zu einem feindlichen Panzer, hört sich deiner Position an. Oh Gott. Ah. Genau der. Er ist auf. Munition? Ja. Warte. Okay. Jetzt weiß ich wieder, warum ich so selten Hardcore spiele. Ich weiß nicht, warum ich so selten Hardcore spiele. Oh, Ninja. Schau mal mit mir. Oh, nicht töten. Nicht töten. Oh. 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 Irgendwie hat's kaputt gemacht. Oh. 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 Geil! Ich hab auf der anderen Seite vom Turm gekriegt. Die Impact-Granate! Fick dich! Scheiße! BANZ! Wieso wusste denn, dass ich da bin? Kommt, Domeko, schieß mir ne Fresse! Da bist du schön ins Gesicht, meins da. Oh, er nimmt ja, ich hab ne Idee! Das könnte funktionieren gegen die Sniper, ne? Nimm! Versorg' euch mit, du in das ballistische Shit! Und einfach Stück für Stück vorrücken. Jetzt könnte es echt klappen. Das ist so bekloppt, das könnte wieder gut gehen. Okay, bohren wir zusammen. Warte, lass uns mal ganz kurz, die S-O-G-Win macht. Gib mir! Oh, ich alle kille jetzt hier! Tot! Noch einer? Ne, okay, jetzt kommst du B. Achtung! Bist du bei mir? Da! Und so zum Stück für Stück vorrücken, nebende Anners. Mal halt so ne Art Schildkrieg bilden, weißt du? Komm mal zu mir. Hier, zu mir. Komm. Jetzt hocken. Ahahaha! Oh, wir missbrochen... äh äh unebenheit, weißt du... Werden wir uns denn nicht killed. Geht's halt? Jetzt geht's. Auf der Straße jetzt. So. Kommst du? Bist du neben mir in den Scheier, ne? Ja, ja, ja. Ja, schön. Es funktioniert halt wirklich. Links, vor sich zu links geht eh noch. Kommandet! Kommandet! Ich ziehe mich zurück. Ich scheiße.